und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemberstein baus welli hat mal wieder gestöbert und hat auf amazon ein set von juvein gefunden ein hersteller den ich jetzt noch nie kennengelernt habe und dieses set dieses motorrad die nummer 605 17 623 teile im 1 zu 8 maßstab kostet auf amazon um die 28 euro und wie der zufall es so wollte als ich mir dieses set hier bestellen wollte habe ich es noch auf aliexpress gesehen und dort genau dasselbe set wie auf amazon aber dort für 12 euro 99 und nicht irgendwie wie bei temu wo es dann einen anfangs rabatt gibt und man kriegt dann ein set für drei euro und sonst nie wieder sondern dieses set kostet für jeden auch die bestandskunden 12 euro 99 was natürlich für so ein motorrad im 1 zu 8 maßstab schon wirklich eine ansage ist also habe ich mich getraut und habe dieses set obwohl ich den hersteller von amazon nicht kenne und bei aliexpress gar kein hersteller genannt wurde dieses set gekauft und wusste vielleicht werde ich es bereuen vielleicht aber auch nicht aber dafür ist dieser kanal da damit wir uns genau das anschauen können weil wenn dieses set nur halbwegs etwas für diesen preis taugt dann ist das ein richtig richtig cooles ding wir werden das herausfinden diese verpackung ist relativ schlicht aber nicht so eintönig wie bei den dänischen 18 plus sets sondern wir haben hier wenigstens noch einen kleinen schriftzug wir haben dieses schwarze mit dem blauen gemischt das gefällt mir vom aussehen ziemlich gut die verpackung ist sehr kompakt auf der oberseite haben wir dann das motorrad von vorn noch mal abgebildet und diesen nightly for motorcycle schriftzug auf den seiten findet man noch mal diese abbildung vom set was ich cool finde wir haben hier eine leicht erhobene abbildung die sich auch ertasten lässt und auf der anderen seite sehen wir dann noch die maße und da sehen wir dass dieses set nicht unbedingt klein sein wird und das ganze wird am ende 33,5 cm lang 14,3 cm hoch und 11,8 cm breit also ziemlich viel set für wenig geld auf der rückseite sehen wir dann auch noch dass das ganze einen motor haben soll dass sich auch mit bewegt und eine federung da bin ich sehr gespannt wie das ganze umgesetzt sein wird weil wir aber auf der verpackung nicht das aller spannendste sehen mache ich das ganze natürlich jetzt auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an und die verpackung ist sehr prall gefüllt ähnlich wie wir das von heutigen mold king sets kennen wir haben zwei bauabschnittstüten und darin befinden sich dann die steine tüten über die steine qualität von diesen teilen sprechen wir natürlich dann während des baus wenn wir auch wirklich etwas zur qualität sagen können wir haben aber neben diesen tüten auch noch unverpackte bestandteile wie zweimal diese reifen drei von diesen röhrchen und zwei weiße gummibänder die röhrchen fühlen sich absolut okay an also da gibt es nicht zu bemängeln zu bändern muss ich glaube ich nicht viel sagen und die reifen als erstes schon mal sehr sehr cool wir haben zwei verschiedene dicke reifen das gehört sich nun mal so dass wir auf dem hinterrad einen dickeren reifen haben als auf dem vorderrad sehr sehr schön schon mal die qualität der reifen ist natürlich keine oberklasse wir müssen da glaube ich nicht drüber reden beim set über 12 euro 99 sie fühlen sich aber auf alle fälle verbaubar und in ordnung an und ganz ehrlich wenn hier die zwei felgen dazu noch etwas taugen dann ist da für mich schon fast der halbe setpreis refinanziert und dann haben wir natürlich noch den ganzen rest also ich bin momentan echt zuversichtlich dass das hier etwas werden kann durch das hereinpressen leicht verknickt haben wir auch noch die anleitung auch hier qualitativ auf den ersten blick nichts zu meckern die anleitung ist klammer gebunden wir haben ein relativ dickes papier sogar es schimmert fast nichts von den anderen drucken durch und trotzdem ist die druckqualität auf den seiten wirklich ordentlich man kann hier alles erkennen es wird ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt und insgesamt haben wir 136 bauschritte auf 53 seiten verteilt die nächsten seiten werden dann nur noch sticker geklebt die zeige ich euch natürlich auch gleich dass aber sticker beim set für 12 euro 99 in dieser größenordnung okay sind und das gar nicht anders geht ist glaube ich selbst erklärend eine teile liste finden wir leider in der anleitung nicht das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht wir haben bei dem motorrad insgesamt zwei sticker bögen dabei was man den sticker bögen erst mal gefällt ist dass die für mich keine must have sind das motorrad wird sicherlich auch ohne gut aussehen ich werde sie aber dennoch aufkleben um euch sagen zu können ob die qualität der sticker gut ist ich fange jetzt auf jeden fall an zu bauen bin sehr sehr gespannt was mich hier erwartet an steinen an bautechniken wir werden es zusammen herausfinden und wir sehen uns nach dem ersten bauabschnitt wieder 63 bauschritte und damit den ersten bauabschnitt haben wir hinter uns gebracht und ich kann euch sagen ich hatte mit dem bau des motors dem federweg den wir schon vorbereitet haben baumäßig und einfach generell mit dem hauptkörper dieses schwarzen motorrads richtig richtig viel spaß und die teilequalität ist für den sportpreis wirklich gut es macht durchgängig spaß die teile zu verbauen hin und wieder sind pins ein wenig härter das hält sich aber alles in grenzen wir haben eine gute klemmkraft in den pins sie lassen sich trotz der etwas härteren klemmkraft auf jeden fall angenehm verbauen und es gab auch in der anleitung noch gar keinen fehler bei der ein oder anderen abbildung muss man auf jeden fall besser hinschauen und es ist auch etwas komplizierter in anführungsstrichen als beim dänischen marktführer aber jeder der schon sagen wir mal zwei bis drei kleine technik setz gebaut hat bekommt hier überhaupt keine probleme denn auch diese etwas kniffligeren seiten kann man auf jeden fall mit ein wenig nachdenken lösen und schon jetzt funktioniert auch dieser motor bei dem wir zwei zylinder mit laufen haben diesen ein den ihr direkt seht und dann haben wir hier vorne noch einen der etwas besser versteckt ist auch dieser zylinder läuft mit wir haben natürlich viel übertragung über zahnräder hier kommt ja dann auch noch die kette drauf und von dem ein zylinder auf den anderen zylinder haben wir dann das gummiband das meiner meinung nach jetzt nicht die optimalste lösung für die kraftübertragung aber dafür dass der motor einfach beim rollen mit läuft reicht auch das aus ich finde es auch gut dass wir ein ersatz gummiband direkt dabei haben denn das wird natürlich mit der zeit unbrauchbar werden stand jetzt muss ich sagen ein absoluter pflichtkauf für diesen preis ich hoffe das bleibt so und wir sehen uns gleich mit dem fertigen schwarzen motorrad wieder und fertig ist damit unser schwarzes motorrad beziehungsweise wohl nicht ganz schwarz das kam auf der verpackung aber nicht wirklich raus es ist ein dunkelblau auf der verpackung und auf der anleitung finde ich sah das ganze aber sehr sehr schwarz aus das tut dem ganzen aber überhaupt keinen abbruch das ganze sieht auch in diesem dunkelblau auf jeden fall gut aus ich hatte auf jeden fall im ersten baubschnitt mehr spaß als im zweiten baubschnitt dem zweiten baubschnitt haben sich dann doch einige kinderkrankheiten gezeigt die dieses set hier hat und die dann am ende auch den preis irgendwo rechtfertigen meistens damit zusammengehangen dass die anleitung einfach nicht durchdacht ist es werden hier bauschritte einfach unlogisch aneinander gereiht und man sollte beim bau auf jeden fall immer mal etwas weiterblättern und sich selbst auch überlegen macht das so sinn oder werde ich dort vielleicht bauschritte in der reihenfolge vertauschen das würde ich euch explizit bei der hinterrad federung auf jeden fall empfehlen da tut ihr euch einen gefallen auch konstruktionsmäßig hat das motorrad auf jeden fall leichte schwächen denn wir haben zum beispiel hier hinten bei den zwei auspuffrohren ein sehr großes wackeln das bekommt man auch nicht weg das nervt natürlich wenn man wirklich mit dem motorrad arbeiten möchte und besonders bei diesem teil hier dieser sollte eigentlich in der luft schweben denn dieser eckstein hier soll eigentlich gar nicht verbaut werden aber dann schwebt der gesamte aufbau in der luft und dann bekommt man hier einfach keine stabilität rein also wir waren wirklich an dem punkt dass dann bei jedem bauschritt dieses bauteil abgefallen ist deshalb würde ich euch da auch empfehlen packt dort einfach noch einen eckstein oder eine zweimal zweier fliese oder selbst eine einmal zweier fliese rein damit das hier sauber aufliegt und eben nicht die ganze zeit abfällt wir haben bei dem motorrad eine vorderrad federung ganz ganz einfach gebaut und auch eine hinterrad federung die doch einen sehr eingeschränkten federweg hat und man muss auch klar sagen dass die federung doch einen sehr sehr großen flex mitbringt also wenn man normal hier drückt dann flext die federung anstatt dass sie ein federt man muss wirklich vorn gegen drücken und selbst dann federt sie nicht so wirklich rein also auch diese federung ist eher mehr schein als sein die motoren laufen innen mit das ganze wird über die kette übertragen läuft durch die vielen zahnräder und die übersetzung und auch die verlängerung durch den gummi relativ hakelig aber das ganze funktioniert im spielbetrieb von daher finde ich gibt es dort nicht viel zu meckern zum spielen muss man sagen ist das set aber trotzdem einfach nicht geeignet denn obwohl wir eine ordentliche steinequalität von der klemmkraft her haben sind hier viele konstruktionen einfach filigran die sind nur dafür gemacht dass es gut aussieht im regal und ich finde das schafft das ganze auf jeden fall für seine preiskategorie aber die funktionen die wir drin haben sind mehr oder weniger nur dafür verbaut dass man weiß dass sie rein theoretisch funktionieren würden aber wirklich bespielen kann man das ganze nicht ich finde es gibt zu dem motorrad gar nicht viel zu sagen meiner meinung nach allein die steine die man hier bekommt sind den preis auf jeden fall wert und besonders im ersten bauabschnitt hatte ich auch durchaus damit meinen spaß der zweite bauabschnitt hat sich dann etwas gezogen und dort sind eben doch die ein oder anderen probleme aufgetreten wie wir darüber gesprochen haben trotzdem ist das ganze natürlich ein absoluter preis leistungstipp wenn man beim bau hin und wieder mal schmerzfrei ist und man vor allem schon ein paar sets gebaut hat mit dem weiterblättern das habe ich euch ja erklärt und dann selber überlegt ob man da vielleicht etwas verändert dann ist das hier auf jeden fall ein set mit dem man auch seine freude haben kann und im regal finde ich sieht es allemal dann gut aus allein schon zum ausschlachten bestimmter teile wie die federungsteile oder auch die reifen und felgenteile mit den scheibenbremsen eignet sich das ganze auch eben für diesen toppreis und mit diesem toppreis ist es auf jeden fall eine kaufempfehlung für 28 euro wie es auf amazon eingepreist ist würde ich es nicht zwangsweise empfehlen deshalb verlinke ich euch unten auch aliexpress ich würde euch empfehlen wenn ihr interesse daran habt dann auf jeden fall den günstigen preis auf aliexpress nehmen und vielleicht damit leben dass das ganze mal zwei bis drei wochen im versand dauern wird ich hatte trotzdem probleme auf jeden fall meine freude damit und es war mal ein sehr sehr spannendes experiment mal wieder so ein günstiges set hier zu testen und zu schauen ob das ganze dann am ende auch wenigstens etwas taugt und das ist auf jeden fall positiv verlaufen wenn ihr natürlich dieses set selber sitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo daumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick run ich ND g ich ich